Die Not ist groß auf den Philippinen nach dem Durchzug des Taifuns Bopa. Wegen der massiven Zerstörungen haben die Vereinten Nationen einen Hilfsaufruf gestartet. Insgesamt würden mehr als 50 Millionen Euro benötigt, damit die 480.000 Menschen in den am schwersten betroffenen Gebieten versorgt werden können. Mit Trinkwasser, Lebensmitteln und Notunterkünften. Fünf Millionen Philippiner, besonders auf der südlichen Insel Mindanao, leiden unter den Folgen des Sturms. Bopa fegte am Dienstag als Taifun über das Land hinweg, am Sonntag kehrte er noch einmal mit heftigen Regenfällen zurück. Viele Bauern verloren ihre gesamte Ernte. Bislang wurden mehr als 640 Todesopfer gezählt, hunderte Menschen werden noch vermisst. Fast 180.000 Menschen halten sich in überfüllten Notunterkünften auf.